Hallo, ich bin die Heidi Zurbiken, ehemalige Skifahrerin. Ich bin eigentlich medizinische Masseurin und habe selber Probleme mit meinem Knie. Und ich hatte heute die Möglichkeit, diesen Skimocho zu probieren, um zu schauen, was das bringt. Also es bringt eigentlich den Leuten, die Knieprobleme haben, sehr viel. Ich kann zum Beispiel mein rechtes Knie, das ich seit meiner schweren Krankheit kaputt habe, schlecht benutzen, also schlecht einsetzen. Ich habe zu wenig Kraft, weil mein Knie kaputt ist. Und mit diesem Skimocho habe ich die Möglichkeit, konnte ich es ausprobieren, dass mein Knie entlastet wird und dass es auch wieder Spass macht, Ski zu fahren. Ich habe es heute ausprobiert. Ich bin ein paar Fahrten gefahren und ich war sehr beeindruckt von diesem Produkt, weil ich nachher auch ein paar Mal gefahren bin ohne dieses Produkt. Und ich habe gemerkt, ich habe gar keine Kraft mehr. Und mit diesem Produkt, es nimmt mir ein bisschen, übernimmt für mich die Arbeit, indem es einfach die Kraft aufnimmt und mich unterstützt bei der Kurve. Und es macht enorm viel Spass und somit denke ich auch, dass ich in Zukunft viel Spass haben werde. Probieren Sie es auch mal aus, es ist eine gute Sache.